Hallo, mein Name ist Soran Lärchbacher und ich erkläre euch jetzt in kurzen Schritten, um was geht es bei Tartspielen. Ich stehe so, weil für mich der Stand so am ruhigsten ist. Ich setze mich ins Becken rein und dann kommt die Hand. Wichtig dabei bei dem Ganzen ist die Konzentration, wo man hin will und die gerade Handbewegung. Das heißt, nicht so, nicht mit dem Körper spielen, Oberkörper ruhig, einfach nur die Hand zu bewegen. Dabei nicht vergessen, Vertrauen auf das, was man macht. Locker bleiben, das ist auch sehr wichtig. Fleißig üben, fest trainieren und immer in Zielform.